Jo, wenn ich zuschlage, dann hört das auf zu... Dann hört das auf zu brennen, oder wie? Wo kommt der denn jetzt her? Warum man auch auf dem Level... Kommt vor allem der Level 4 hin, oder? Wenn die anderen alle Level 6 waren? Da ist auch noch was... Hmm... Sodom Note... Highwayman's Note... Was ist das denn für ein Blödsinn? Highwayman... Was ist das? Ach, das ist ein Fischernetz... Naja... Ja, schwimmen ins Netz, das ist bestimmt gut... So, habe ich jetzt hier endlich ein Schwert gefunden, was die Axt ablösen kann? Nein... Minus 44... Nee... Traurig aber wahr? Klappt nicht... Okay... Dann wollen wir mal sehen... Hier waren ja noch ein paar mehr Markierungen... Hmm... Hangman's Alley... Huh... Cool... Hangman's Alley... Die... Gehengten Allee... Oh ja, jetzt weiß ich... Selbsterklärende Name, ne? Ja... He'll get a noose... Please... Good folk... Do you not have ears? I did not want this war... I have deserted to go home to my wife and child... Take everything I have... But spare my life... Let him go... Oh sure... And maybe give him some fixings for the journey... Saddle up a horse for him... Black one shut us now mercy... We show them none in return... Hmm... Try it the nice way... Gotta try something different... Pesant... Hmm... 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 Eigentlich müsste man die mal... Hey... Hey... Oh... Habe ich aufgepasst... Hmm... 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 Habe ich nicht viel gemacht... Habe ich nicht viel gemacht... Außer ein paar... Menschen zu töten... Aber es ist halt wer... Wer andere einfach so tötet... Ich meine... Der wollte... Sich ein Brot kaufen... Für einen Ring... Was natürlich... Ähm... Ich würde mal behaupten... Das... Ich würde mal behaupten... Dass das jetzt nicht... Nicht... Irgendwie... Zu viel verlangt ist... Ich meine... Gut und schön... Wenn du kein... Wenn man... Selbst kein Essen hat... Hoppla... Mistviecher... Ey... Du lebst ja noch... Okay... Gut... Ich hatte schon wenig Leben am Anfang... Aber der Treffer war auch nicht von schlechten Eltern... Kann ich mich tatsächlich von hinten an das 4 ranschleichen? Ich glaube ja nicht... Okay... Okay... Yep... Stai... So... Jetzt habe ich wieder etwas Doppelgezwungen... Was? ich darf nicht anfangen sachen doppelt zu trinken ich das macht was ein bisschen verschwender ich noch ein viel oh shit warrior level 9 at all das mal sehen ein reiter weiß nicht ob der unbedingt auf das vieh treffen will was mache ich denn hier überhaupt gehen wir mal ins inventar und schmeißen das hier raus einfach aufgrund der tatsache dass ich nix doppelt drücken will was oft genug vorkommt das recht viel zurück gibt das ist wirklich eine menge das war nicht ausreichend okay ich muss lernen die mal brennen zu lassen wenn sie dann brennen weil das sind immer so viel schaden wo die einfach nur brennen und nichts machen wo ich nichts machen muss ah nur angesenkt okay ouch okay dich krieg ich noch keine angst brennt 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 noch irgendwas noch irgendwas übrig gelassen von denen die wir hier naja oder nein die hat sich durchsucht ansonsten irgendwie was nicht mal aus den bäumen raus danke abgesehen von hm abgesehen von schnaps bei einer leiche ok ok mal sehen was haben wir denn an büchern bekommen ich weiß nicht wie es aussieht gut gucken wir mal in die alchemie da können wir ich weiß nicht drei von drei ansonsten hm whatever ich nehme an das war mein nächster punkt den ich gelöst habe hm ich muss echt einen weg finden mal hier nahrung herzustellen oder so oder günstig an größere mengen nahrung heranzukommen ich bin nämlich jetzt schon auf 10 raw meat runter das war meine ecke ganze ecke mehr ok kam runter da hm oh die haben einiges erledigt hm komm lass das Schild fallen nicht gut ja es ist nicht die optimalste lösung das stimmt schon muss ich wirklich zugeben aber es ist es ist eine lösung hier irgendwo noch einen gut gut wollen wir mal sehen vielleicht haben wir ja was schönes Silverstone Sword mein Gott das ist immer noch schlechter alter Schwede plus 13 minus 4 minus 18 16 18 ich meine es ich weiß nicht was ich machen soll ich komme von dieser Axt nicht weg was irgendwie ein bisschen traurig ist na gut das war dann wohl das nächste ich meine wunderschöne kein Problem wunderschöne Schwerter ja und wenn ich mich jetzt weigern würde Äxte zu nehmen als Waffe umso besser dann wäre die Schwerterhelm ich meine ich meine tolle Möglichkeit die machen auch schon viel Schaden teilweise teilweise aber game saved gut mache ich den und au genau der mit der großen Axt ist ein bisschen äh den möchte ich nicht unbedingt shit wow der ist einfach so umgefallen ich dachte der hätte noch ein bisschen was an Leben übrig gehabt schon wieder dasselbe Schwert selber Schwert Stil 14 13 ich steig bald auch noch ein ein Level auf also ich weiß nicht wie das dann noch werden soll was waren das jetzt Wegelagerer oder wie war das schon mal ein Ziel mein nächstes hm schwächlich gut dann fährt her ja ja ist gut mach dich nicht verrückt fertig bist nicht falsch unterwegs warum brennt da ein Feuer das ist so ein bisschen hm das Feuer da sollte nicht unbedingt brennen hm hm haben wir noch was hier hm dann noch den Sack und den Schrank ok hm 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 zufrieden obwohl das ist natürlich dann auch wieder so eine sache aber meine ist mit den resistance natürlich weit überlegen auf jeden fall nicht verkehrt ein bisschen was haben wir sonst noch jetzt kann man die ganzen schwerte hier wieder Schade, ich habe das Schwert mit dem Rundenplatz drin. Was soll man machen? Tja. Wie geht es dir, du nimmst eine Pause von mir?